Wir haben aufregende und gleichzeitig interessante Neuigkeiten über eines der aufstrebenden Talente unseres Teams. Die Zukunft von Dimitri Dolminapi scheint auf dem Spiel zu stehen und am Horizont zeichnet sich ein neues Interesse an der Premier League ab. Bleiben Sie bei uns, um die Details dieser Geschichte aufzudecken, die das Schicksal unseres jungen Talents beeinflussen könnten. Dimitri Dolminapi, der 19-jährige Innenverteidiger, sorgt in der Fußball-Community für Aufsehen. Trotz seiner geringen Erfahrung in der laufenden Saison erregt der junge Mann bereits Aufmerksamkeit bei anderen Vereinen, zuletzt bei Montpellier, einem Klub der ersten französischen Liga. Napi, geboren im Mai 2004, wuchs in den Reihen von Borussia Mönchengladbach auf und durchlief alle Jugendränge, bevor er sich in dieser Saison in der U23-Mannschaft etablierte. Mit einer Körpergröße von 1,94 Metern zeichnet er sich nicht nur durch seine imposante Statur aus, sondern auch durch seine vielversprechenden Leistungen auf dem Feld. In der laufenden Saison absolvierte er bereits drei Spiele in der Regionalmeisterschaft und zeigte damit, dass er bereit ist, sich höheren Herausforderungen zu stellen. Berichten von L'Equipe zufolge bekundete Montpellier Interesse an Napi, auch wenn man dessen kurze Erfahrung im Seniorenfußball bedenkt. Grund für dieses Interesse ist nicht nur das Talent des Spielers, sondern auch die Möglichkeit eines möglichen Transfer, da Napis Vertrag bei der Borussia im Sommer 2024 auslaufen soll. Es ist eine heikle Situation, denn obwohl Napi erst seit einem Jahr an die Borussia gebunden ist, steht er bereits im Visier ausländischer Vereine. Insbesondere Montpellier sieht in ihm angesichts seines Alters und seines Wachstumspotenzials eine wertvolle Chance. Und jetzt möchten wir von Ihnen hören, liebe Fans von Borussia Mönchengladbach. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Dimitri Domi Napi den Verein verlassen würde? Oder glauben Sie, dass er seine Reise mit uns fortsetzen sollte? Hinterlassen Sie unten Ihre Kommentare und teilen Sie Ihre Meinungen und Erwartungen für die Zukunft unserer geliebten Borussia mit. Zusammen sind wir stärker! Untertitelung des ZDF für funk, 2017